Wir haben für das Oktoberfest keinerlei konkreten Hinweise auf irgendwelche Anschlagspläne. Generell muss man aber natürlich sagen, dass ein Fest mit so weltweiter Aufmerksamkeit immer auch ein potenzielles Ziel für Terroristen unterschiedlichster Art sein könnte. Deswegen haben wir ja zusammen mit der Landeshauptstadt in den letzten Jahren die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Wiesen beständig verstärkt, zum Beispiel diese Betonpoller aufgestellt und, und, und. Und ich glaube, wir tun zusammen mit dem intensiven Einsatz der Polizei wirklich alles dafür, dass die Menschen auf eine friedliche Wiese sich verlassen können.